Gehen in das Menü, das ist ganz einfach für die Schiene, und wählen zum Beispiel das Programm Spiele aus. Meine Damen und Herren, wie viele Frauen beschweren sich über ihre Männer, sind nie zu Hause, haben nie Zeit für mich. Das wird sich jetzt ändern. Mit dem neuen Programm, bis ihr Mann mehr Zeit für sie hat, weil sie können jetzt mit ihm bohren gehen, aber sie müssen nirgendwo mehr hingehen. Sie können also zu Hause bleiben. Vorteil, der Mann wird mehr Zeit mit ihm verbringen, wie schon gesagt, und sie geben kein Geld mehr aus, weil sie müssen ja nicht mehr ausgehen. Und sollte er oben rein auch noch ein bisschen krüger werden? Gute Idee, ne? Dann wählen Sie doch ein Spieleprogramm wie Sodomu. Die macht schon dieser Krüger. Oder Brainschwister. Das kommt auch immer ganz gut an. Dieses Programm bietet allerdings auch sehr viele Möglichkeiten für Ihre Kinder. Es gibt ein Vorschulprogramm oder auch ein Sprachenprogramm für Kinder. Das könnte doch auch für die Isis funktionieren, ne? Im Kommunikationsproblem. Versuchen wir es mal. Immerpäden, Lorenz! Bonjour! Vigiamo! Vigiamo! Naja, wie schon gesagt, so doku, das macht ihn auch im Nächsten klüger. Und dann wird er sicher hoffentlich auch mehr für Kultur interessiert. Für Bilder oder Musik oder... Und das können Sie auch mit dem neuen Programm abdecken, weil es gibt eine Bildergalerie integriert. Da haben Sie jetzt Ihre eigenen Fanbox und Ihre eigenen Rembrandts direkt im Wohnzimmer. Und wenn Sie mal keine Lust auf Kultur haben oder auf Freunde eingeladen, dann wechseln Sie doch einfach auf ein Partybild oder machen ein Feuerwerk mitten in Ihrem Wohnzimmer. Und das Besondere an diesem neuen TV ist auch, dass Sie Ihre privaten Bilder direkt von einem Bildschirm laden können. Dann haben Sie auch die direkt im Wohnzimmer gemacht. Aber dieses Programm sorgt sicher auch um Ihre Gesundheit. So ist ja nicht. Und deshalb wollen wir Sie jetzt einladen zu einem Gratis-Fitnessprogramm. Steigen Sie ein, machen Sie mit! Steigen Sie ein, machen Sie mit! Steigen Sie ein, machen Sie mit! Und ich vermisse so ein Mr. Easy an. So easy sehen Sie gar nicht mehr aus, ne? Aber keine Sorge, dieses Programm bietet Ihnen auch eine Anleitung zum Stretching.